Ich bin von der SUB in Göttingen. Der Trainings-Content, wenn Sie Trainings-Content haben, wir auch von etwas wissen, den sammeln wir. Der wird auf dem Trainingsportal, das wir gerade als Vorschau zur Verfügung gestellt haben, das online ist, angeboten für Trainings, die Sie machen wollen, die Sie machen können, die Institutionen von Ihnen anbieten. So, die Ziele sind kurz zusammengefasst. Wir wenden uns an Nachwuchswissenschaftler, die Open Access-Praktiken, Open Science-Arbeitsabläufe zu trainieren. Methoden, wie gesagt, wiederverwendbare Trainingsinhalte zu sammeln, zu sichten, anzureichern, auch neu zu erstellen. Applaus 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 Applaus